Hallo! Schön, dass du auf Klee gedrückt hast. In diesem Video zeige ich dir die 10 besten Bücher, die dir dabei helfen werden, das luzide Träumen zu erlernen. Dann kannst du nämlich in deinen Träumen auch auf Klee drücken und ganz bewusst in deinem Traum machen, was du schon immer machen wolltest. Ein luzider Traum oder Wachtraum ist eine Vorstufe der außerkörperlichen Erfahrung oder Astralreise. Eine außerkörperliche Erfahrung kann spontan auftreten oder gewollt. Um auf Wunsch in diesen Zustand zu kommen benötigst du die richtige Technik und etwas Training. Du findest die Links zu den Büchern in der Beschreibung unter dem Video. Siehe dir bitte auch unsere drei Online-Kurse zum Wachträumen an. Damit garantiere ich dir, dass du es schaffst. Und jetzt zeige ich dir die Bücher. Luzides Träumen. Das Praxisbuch. Schritt für Schritt zum ersten Klartraum. Lerne, das Klarträumen von Astralreisen zu unterscheiden und Träume bewusst zu steuern. Auch als Hörbuch erhältlich. Von Lorena Blumenberg. Schritt für Schritt zum ersten Klartraum garantiert. Du möchtest deine Träume verstehen, analysieren oder sogar selbst bestimmen? Du möchtest dich selbst besser kennenlernen und dich deinen Ängsten stellen? Dann ist dieses Hörbuch genau das Richtige für dich. In diesem Hörbuch erfährst du, was das luzide Träumen ist, wie es funktioniert und wie du es Schritt für Schritt erlernen kannst. Denn wenn du es einmal gelernt hast, dann steht diesen ganzen Wünschen und Zielen, die auf den ersten Blick nicht erreichbar scheinen, nichts mehr im Wege. Denn das Erreichen unserer Ziele und das Erfüllen unserer Wünsche, ist doch das, was wir im Leben anstreben. Wenn wir das schaffen, sind wir viel glücklicher. Und ist Glück nicht das größte Ziel eines jeden Menschen? Klartraum lernen. Luzides Träumen lernen und Träume bewusst steuern und deuten. Eine Bewusstseinserweiterung durch Klarträumen. Von Janik Hinsfeld. In diesem Buch wirst du lernen, was ein Klartraum ist. Wie dir Schritt für Schritt dein erster luzider Traum gelingt. Warum Klarträume so unglaublich hilfreich sind und weshalb sie dir bei deiner Persönlichkeitsentwicklung helfen. Wie du dich an deine Träume erinnern und in ihnen navigieren kannst. Was Traumfiguren bedeuten, wie du Gegenstände und Menschen materialisierst, Albträume deutest und Heilung durch luzides Träumen erlangst. Onironaut. Das Klartraumpraxishandbuch. Von Simon Rausch. Lernen Sie Ihre Träume zu kontrollieren und werden Sie zum Onironauten. Als Onironaut haben Sie die Kontrolle über Ihre Träume und können diese nach Ihren Wünschen gestalten. Erschaffen und verändern Sie die Traumwelt mit allem, was sich darin befindet. Dann sind Sie bei vollem Bewusstsein, er fühlt sich absolut real an. Erleben Sie eine Freiheit, die nur im Klartraum möglich ist. Dieses Praxishandbuch zeigt Ihnen, wie Sie ein Klarträumer werden. Luzides Träumen, Astralreisen und die Zirbeldrüse. Wege der Bewusstseinserweiterung. Von Jonathan Dillers. Ein praktisches Buch zum Erlernen der bewussten Auslösung luzider Träume und außerkörperlicher Erfahrungen sowie die systematische Entkalkung der Zirbeldrüse, um seine intuitiven und hellseherischen Kräfte zu reaktivieren, die Manipulationen unserer Zeit schnell zu durchschauen und zu neuer Gesundheit zu gelangen. Das luzide Träumen ist die Kunst, sich seines Traumes bewusst zu werden, während man ihn träumt. Sofort stellt sich dann eine unglaubliche Klarheit ein und der Traum wird qualitativ und wahrnehmungstechnisch wie ein Ereignis im Alltagsleben erfahren, nur mit dem Unterschied, dass plötzlich alles durchführbar ist. Durch die Luft fliegen, Prüfungen trainieren, sportliche Höchstleistungen erreichen, ein Candle-Light-Dinner mit Megan Fox oder Johnny Depp sind nur ein paar Beispiele, die in solchen Augenblicken möglich sind. Die Möglichkeiten sind also unbegrenzt. Außerkörperliche Erfahrungen sind die Krönung des Träumens. Klartraum. Wie Sie Ihre Träume bewusst steuern können. Von Jens Thiemann. Entscheiden Sie selbst, was Sie träumen möchten. Jens Thiemann erläutert, wie Sie im Schlaf Probleme lösen, Albträume überwinden oder einfach nur durch Ihre ganz persönliche Traumlandschaft wandeln können. Schritt für Schritt führt er heran an die Techniken und Methoden des Klarträumens, entwickelt Lernkonzepte und erklärt auch anhand seiner eigenen Traumerfahrungen, wie man Träume gezielt für sich nutzen kann. Machen Sie die faszinierende Erfahrung, Ihre Träume bei vollem Bewusstsein zu erleben und sie nach Ihrem Willen zu gestalten. Astralreisen. Die ultimative Anleitung für außerkörperliche Erfahrungen. Von Andreas Schwarz. Den Körper verlassen und mit dem Bewusstsein auf spannende Reisen gehen. Astralreisen sind noch immer Geheimnis umwittert, ohne den Körper, nur mit dem Bewusstsein, weitere Dimensionen kennenzulernen und zu erforschen, klingt unglaublich. Doch es ist möglich, das beweisen die vielen Berichte von Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Überzeugen Sie sich selbst. Andreas Schwarz erklärt Schritt für Schritt die einzelnen Stadien bis zum erfolgreichen Austritt aus dem Körper und beschreibt, was Sie dann erleben können. Erkennt auch Schwierigkeiten und die möglichen Ängste und bietet effektive Techniken, sie zu überwinden. So wird Ihre außerkörperliche Erfahrung zu einem unvergesslichen Abenteuer. Luzides Träumen. Die Kunst des Klarträumens effektiv erlernen. Von Andreas Schwarz. Jede Nacht besuchen wir unsere ganz persönliche Traumwelt. Nur selten können wir uns daran erinnern. Schade eigentlich, denn wir verträumen durchschnittlich über vier Jahre unserer Lebenszeit. Stelle dir vor, du könntest dich nicht nur an alle deine Träume erinnern, sondern sie auch noch bewusst steuern, als ob du wach wärst. Was würdest du zuerst machen? Über New York City fliegen? Eine Zeitreise ins Mittelalter unternehmen? Oder eine Nacht mit deinem Traumpartner verbringen? Mach Schluss mit langweiligen Trübträumen und stelle dich jede Nacht einem neuen Abenteuer. Nutze deinen Traum als Trainingsplatz, um Fremdsprachen zu trainieren, Musikinstrumente zu lernen oder dich in deiner Sportart zu verbessern. In diesem Buch erfährst du alles, was du wissen musst, um Meister deiner eigenen Träume zu werden. Mit den zahlreichen Praxistipps und Anleitungen kann jeder die verborgene Fähigkeit in sich wecken, egal, ob Neuling oder Fortgeschrittener. Träume, was du träumen willst. Die Kunst des luziden Träumens. Von Howard Reinhold und Steven LaBerge. Luzides Träumen kann eine berauschende Erfahrung sein. Man träumt bewusst und kann seine Träume aktiv steuern und beeinflussen und sie so für sich nutzen. Erlernen Sie mithilfe dieses Ratgebers das luzide Träumen und tauchen Sie ein in eine Traumwelt, in der alles möglich ist. Einer der führenden Experten auf dem Gebiet des luziden Träumens, der Psychologist Steven LaBerge, hat jahrelang die Beziehung zwischen Körper und Geist während des Traumstadiums erforscht und die notwendigen Schritte zur Perfektionierung des luziden Träumens entschlüsselt. Dieses praxisbezogene Übungsbuch wird Ihnen nicht nur dabei helfen, das luzide Träumen zu erlernen, sondern Ihnen auch zeigen, wie Sie mithilfe Ihrer Träume, Probleme lösen, Ihr Selbstvertrauen verbessern, Ihre Kreativität steigern, Ängste und Hemmungen konfrontieren und bezwingen. Dieser wichtige Klassiker der Traumliteratur ist ein Muss für alle, die nicht nur im Traum über ihre Grenzen hinausgehen möchten. Klarträumen Träume bewusst steuern, die Kreativität beflügeln und Probleme lösen Von Dylan Pucillo, Jared Seale und Thomas Beile Durch Wände gehen Fliegen Unter Wasser atmen Beim Klarträumen können wir all die Abenteuer, die in unseren Träumen passieren, ganz bewusst erleben und steuern. Gleichzeitig öffnet dieser Zustand der Transzendenz das Tor zu kreativem Denken, Selbsterfahrung und Heilung. Dylan Tucillo, Jared Seitzel und Thomas Peisel sind selbstbegeisterte Honoronauten. Honoronauten bedeutet auf Griechisch Traumsegler. Schritt für Schritt erklären Sie, wie wir in den REM-Phasen den Einstieg in Klarträume finden, uns mit Träumen wieder verbinden und mit einfachen Techniken zwischen Wach- und Schlafzuständen unterscheiden, so dass wir mit jedem bewussten Traum die aufregende Welt unserer inneren Landschaft tiefer ausloten. Die Klarträume Methode Luzides Träumen in der Praxis Von Paula Weinbach Du schläfst jede Nacht im Schnitt 8 Stunden 8 Stunden ohne etwas zu machen Wäre es nicht klasse, wenn du diese Zeit nutzen könntest um Fremdsprachen zu üben, sportliche Fähigkeiten zu trainieren, neue Welten zu erkunden, dein Unterbewusstsein auf Erfolg zu programmieren oder die Angst vor Spinnen zu besiegen? Stell dir vor du wachst auf und hast nicht einfach nur geschlafen, sondern ein unglaubliches Abenteuer erlebt, dein Selbstbewusstsein verbessert oder ein heißes Dät mit deinem Schwarm gehabt. Mit der Fähigkeit des luziden Träumens wird all das und noch mehr möglich. Erfahre, wie du jede Nacht deine Träume bewusst steuern kannst und wie du die Zeit in der du schläfst, noch sinnvoller nutzen kannst. Wir hoffen dir hat unser Video gefallen. Unter dem Video findest du die Links zu jedem Buch und den Online-Kursen. Träum was Schönes. Auf Wiedersehen.